Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder mit meinem Let's Play zu 007, der Morgen stirbt nie. Und genau, ich bin jetzt von der Arbeit fertig und dann würde ich sagen, starten wir direkt hier mit dem Level. Dringende Verabredung. Okay, geht's direkt los hier. 007. Der Terrorist Henry Gabter wurde gesehen, wie er das Verlagsgebäude des Morgen mit einer großen Sicherheitsaktentasche betrat. Wir sind fast sicher, darin befand sich das fehlende GPS-Codiergerät, mit dem unsere Satelliten verfolgt und manipuliert wurden. Ihre Mission ist, in das Verlagsgebäude zu gelangen und das Codiergerät an sich zu nehmen. Mit dem Fingerabdruckscanner Ihres Handys können Sie Carvers Sicherheitssystem umgeben. So eine Pressefabrik. Und genau, kommen hier rein. Geschlichen. Yo. Alles klar. Ah, okay. Ja, wir sollen guck das Aktentasche suchen. Okay, kann man hier wieder hoch? Ne, kann man nicht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Aber ich renne hier mit einem Sturmgewehr rum. Genau. Ah, stopp. Sieht der mich jetzt? Sieht der mich? Ah, shit. Der sieht mich, fuck. Ach, du Penner, ey. Ich wollte dich schön stylisch killen hier, aber das hat nichts gebracht. Okay, alles klar. Oh, der Typ, der... Der hat irgendwas. Ja, der hat Schiss. Ja, ist logisch, klar. Würde ich auch haben, wenn irgendjemand hier auf einmal auf meinem Arbeitsplatz anfangen wird zu ballern. Also, es ist... Ja. Ja. Haben wir hier was? Ne, gesperrt. Alles klar. Aber hier war es. Auch gesperrt. Okay. Hey, beruhig dich mal wieder. Nichts passiert hier. So, alles klar. Da läuft der Nächste rum. Mitarbeiter hier. Alles klar. Gesperrt. Und hier. ist auch zu. Hey, wo kommt der denn her? Wo denn überhaupt? Hallo? Hä? Wo? Wollen die mich verarschen? Wo ist der? Ach, da versteckst du dich. Ich wollte schon sagen. Da ist doch noch einer hier. So, zack, zack, zack. Weg mit dir. Wow. Oh. Erschreckt mich doch nicht so. Kommt auf einmal noch einer raus. Das ist ja, die Mitarbeiter hier. Die wurden gekidnappt. Und wir haben sie befreit. Ah. Da steht... Hier wird nämlich die Zeitung der Morgen gedruckt. Wenn ihr euch das mal anguckt hier. Ah, jetzt kommt wieder hier so ein Typ hier, Mann. Ich wollte doch in Ruhe Zeitung lesen. Aber nee, ich glaube, das bringt nichts. So, okay. Würde ich sagen. Was ist das hier? Gesperrt. Ah, okay. Alles klar. Ah, ich wusste einmal gerade hier mein... Ah, das ist blöd so. Alles klar. Geh, weiter geht's. Wow. Okay. Wir sind in der Produktionshalle angekommen. Ich... Ah, ich weiß, was hier ist. Ich weiß, was hier ist. Äh, genau. An die Szene kann ich mich noch erinnern. Da oben sind Typen drauf. Und die fallen in die Maschinen rein. Das ist ziemlich geil. Guck mal. Zack. Hey, ein Headshot. Jawohl. Da seht ihr das. Der wird von der Maschine zerquetscht. Ja, das hat der auch nicht anders verdient. Ah, ah. Ich sehe deine Waffe, mein Freund. Da oben ist noch einer. Und... Headshot. Da ist der Nächste. Jawohl. Okay. Also wir killen hier einfach alle. Aber die Munition, die die fallen lassen, die können wir nicht holen. Das ist scheiße. Ah. Da ist extra Leben. Seht ihr das da? Dieses goldene Ding da. Da müssen wir gleich nochmal schauen. So. Aber erstmal hier. Ah. Ist da oben noch einer? Nö. Aber da hinten sind bestimmt welche irgendwo. So. Da. 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 Da ist einer. Ne, 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 ne. Du triffst mich nicht. Ey, du triffst mich. Oh, komm schon. Ah, das ist so eine hakelige Steuerung. So. Zack. Da ist der Headshot, Junge. Ah, da ist direkt noch einer. Okay. Warum trennen die mich denn immer? Mensch. Zack. Auch Headshot. Oh, ich bin fast tot hier. Hallo? Ah, Munition. Alles klar. Da ist das Leben. Jawohl. Sehr gut. Okay. Würde ich sagen. Äh. Das Aktentasche. Hat die irgendjemand von euch vielleicht. Oh, was ist das denn da oben? Seht ihr da oben? Da ist so ein... Ah, ne. Das ist nur... Ne, da oben liegen die Waffen von denen rum. Aber die können wir uns leider nicht nehmen. Schade. Da ist noch ein Typ hier. So, komm schon. Zack. Da bist du weg. Ah, ich hab noch jemanden gehört hier. Äh... Da. 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 So, komm hoch mit dir. Ah, ich muss den doch irgendwie treffen. So. Zack. Boah, ich bin fast tot, Alter. Oh, ist bestimmt auch noch einer, ne? Ne, da ist keiner. Okay. Aber da. Da hinten, oder? Da ist einer. Ah. Der trifft mich aber nicht, glaube ich. Der... Sag ich noch, das ist die Konstellation. Er trifft mich nicht. Aber ich treffe ihn. Zack. Na toll. Der hat ein Medipack fallen lassen, aber ich... Komm doch nicht dran. Was ist das für eine Verarschung? Aber echt. So, komm. Ah, die Steuerung. So. Na, und... Ah! Ah, nein, 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 nein. Was war das denn? Das war geil. Okay. Ah, Ruckler. Ja. Medipack direkt benutzen. Ah, da ist der Nächste. Ne. Und zack, und zack, mach ihn direkt kalt. Mach ihn kalt. Los. Oh. So. Alles klar. Ich hab Angst, ey. Ich will nicht sterben hier. Was heißt das eigentlich da, dieses Zeichen der 100? Keine Ahnung. Uah, Sound. Soundruckler, warum auch immer. Oh, nee, 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 nee. Vergiss es. Ah, vergesst es. Nein. Nein. Fuck. Ah, zum Glück haben wir hier extra Leben, ey. Was ist das denn für ein Schrott? Naja, komm schon. Ey. So. Wie viele Typen gibt es hier? Das ist doch nur eine... Oh. Er ist Aktentasche und so. Okay. Wir sind hier falsch. Ich verstehe schon. Oh, wo ist denn jetzt die Aktentasche hier? Ah, nee. Wo ist die denn? Hä? Muss ich hier wieder zurück? Dann war die hier, wa? Hey. Hä? Wo muss ich denn hin? Ah, hä? Was machst du denn? Okay. Dann kriegst du jetzt von mir einen Headshot. Zack. So. Alles klar. So, da hier ist wieder diese Zeitungspresse. Ah, wahrscheinlich da hinten, ne? Ah, okay. Ja. Ich glaube hier... Ah! Da ist noch einer. Okay. Headshot. So einfach kann es gehen. Ah. Kreis. Okay. Ah, da ist die Aktentasche. Jawohl. Okay. Sehr gut. Dein Geheimnis ist mein... Oh, schaut mal. Sieht das... Ah, nee. Ich dachte, das sieht so aus wie Codiergerät. Okay. Wo ist das Codiergerät? So, ich glaube, wir müssen nämlich jetzt wieder zurück. Da hinten rüber. Ja, ja. Alles gut. Ich renne hier nur hier rum. Ah, diese Schechsteuerung. Ah, komm schon. Und zack, 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 zack. Lauf, 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 lauf. So. Okay, dann jetzt müssen wir doch hier hin, oder? Oh, Codiergerät noch holen. Wo ist denn das? Ah, Moment mal. Ich habe eine Idee. Die M, die hat doch was gelagert von wegen... Wir können Sicherheitstüren öffnen. Ja, Moment, das probiere ich mal aus. Dann laufen wir da hinten hin. So, gehen wir zurück. Wir müssen, glaube ich, jetzt ganz zurück. Weil da war doch eine elektronische Tür. Die müssen wir noch aufmachen. Wenn wir nochmal hier rausgehen. Dann war das doch hier die, glaube ich. Elektronisch gesichert, genau. Schaut mal. Nehmen wir hier diesen Fingerabdruck-Scanner. Ey, hä? Oder was... Was soll ich jetzt hier machen? Äh. Ah, Viereck. Ja, okay. Ah, so kommen wir hier rein. Seht ihr das? So muss das doch sein. Die ist zu. Isagura. Ah, okay. Ich verstehe. Ah. Gupta. Ja, Gupta. Alles klar. Was ist das hier? Nix. Okay. Ein Satellit, ja. Was ist das hier? Kreis. Okay. Yo. Geheimversteck gefunden. Nice. Ah. Ist das das Codiergerät? Oder was? Ah, Codiergerät. Sehr gut. Okay. Ich weiß, wo wir hin müssen. Aber... Wen haben wir denn hier noch? Doktor Kaufmann. Okay. Und die ist zu, oder was? Ja, die ist zu. Okay. Ah, jetzt kommen die Typen hier wieder. Ah, nee. Irgendwie nerven so. Da ist es noch einer. Zack. Weg mit dir. So. Lass mich hier in Ruhe raus. Mensch. Ah, falsche Richtung. Shit. Egal. Nee, gib mir ruhig die Kalaschnikow. Ich finde es auch geil, dass der James Bond mit ner Kalaschnikow rumläuft. Naja. Ah. Wo sind die? Ah, da. Hey, 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 hey. Freund. Nix da. Ah, du hast ein Midi-Pack gedroppt. Alles klar. Gibt es hier noch mehr? Wahrscheinlich, ne? Ah, ich hab... Da. Da ist doch jemand. Wer ist da? Hallo. Ah. Ist nur ein Mitarbeiter. Okay. Alles klar. Dann. Dann, äh, müssen wir jetzt hier... Ne, stopp. Nicht da rein. Äh, gute Frage. Nächste Frage. Ah, hier, glaube ich. Hier rein. Oder? Ist das... Ah, hier komme ich her. Scheiße, hier komme ich her, Mann. Oh. Aber ist das verwirrend. Wo muss ich hin? Ah, hier. Hier ist es doch, oder? Ja, glaube, ja. Glaube, ja. Jedenfalls sind hier keine Gegner mehr. Ah, komm schon. So, genau. Ah, so. Da muss ich doch hin, oder? Hier. Yes, geschafft. Okay, wunderbar. Alles klar. Kommt jetzt eine Filmszene, oder was? Mission haben wir geschafft. So, sehr schön. Ja, cool. Ach, der BMW. Ja, okay. Ich glaube, den kenne ich sogar noch. Yo. Präzision 30. Zeit 11 Minuten, immerhin mal ein bisschen längeres Level. Und Stil 0. Na ja, schade. Egal. Komm. Ich würde sagen, da speichere ich mal. Auf memory card 2. Und... Ja, speichern doch. Ja. So, okay. Dann würde ich sagen, ja, haben wir die Mission geschafft. Und schauen wir uns mit dem nächsten Partner an. Ich glaube, den nehme ich auch direkt jetzt auf, weil die Level hier so klein sind. Den nehme ich jetzt direkt auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Danke fürs Zuschauen. Und demjenigen, der es gefallen hat, lasst doch ruhig einen Kommentar da oder ein Like oder sogar ein Abo. Und genau. Dann würde ich sagen, bis später, ne? Tschüss, tschüss.